Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Dunstabzugshauben, die sieben besten Modelle für Abluft und Umluft. Wenn euch das Video gefällt, abonniert meinen Kanal für weitere Inhalte. Liken und kommentieren nicht vergessen, um eure Lieblingsdunstabzugshaube zu teilen. Aktiviert die Benachrichtigungsglocke für Updates zu neuen Videos. Entdeckt mit mir die besten Dunstabzugshauben und bringt eure Küche auf das nächste Level. Los geht's! Die PKM S1360 BBP-Y modern, stilvoll und ein Blickfang in jeder Küche. Matte schwarze Oberfläche, kopffreie Bauweise für einen eleganten Touch. Perfekte Passform über einen Standard Kochfeld und effektive Abzugslösung. Diese Dunstabzugshaube bietet drei Leistungsstufen für individuelle Bedürfnisse. Egal ob leichtes Dämpfen oder intensives Kochen, diese Haube passt sich an. Abluft- und Umluftoption für direkte Entlüftung oder gereinigten Luftstrom in die Küche. Die PKM S1360 BBP-Y überzeugt mit leistungsstarke Absaugung für effektive Luftreinigung. Energieeffizienz Klasse B für umweltfreundlichen und kostensparenden Betrieb. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind ihr modernes Design, die kopffreie Bauweise, die leistungsstarken Absaugfunktionen und ihre Energieeffizienz. Sie ist außerdem relativ leise im Betrieb, was ein weiterer Vorteil ist. Ein möglicher negativer Punkt könnte sein, dass die schwarze Oberfläche anfällig für Fingerabdrücke und Flecken sein kann, die regelmäßige Reinigung erfordern. Die Comfy CHT3 ist eine robuste und leistungsstarke Wanddunstabzugshaube mit einem Luftstrom von 320 Kubikmeter pro Stunde. Sie befreit eure Küche effizient von Dampf, Gerüchen und Fett und sorgt für eine schnelle und gründliche Luftreinigung. Das Edelstahlgehäuse verleiht der Haube ein modernes und ansprechendes Aussehen, das zu verschiedenen Küchenstilen passt. Diese Dunstabzugshaube hat einen hochwertigen fünf Schichten Fettfilter, der leicht abnehmbar und waschbar ist. Dadurch ist die Wartung und Reinigung der Haube einfacher und die Filterlebensdauer wird verlängert. Außerdem besitzt sie einen Aktivkohlefilter, der unangenehme Gerüche effektiv neutralisiert. Die Comfy CHT3 bietet drei einstellbare Leistungsstufen, um die Absaugung an eure Kochbedürfnisse anzupassen. Das integrierte LED-Licht sorgt für eine optimale Beleuchtung eures Kochbereichs. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind ihre starke Leistung, effektive Luftreinigung, leicht abnehmbare und waschbare Fettfilter sowie der Aktivkohlefilter zur Geruchsbeseitigung. Die einstellbare Kaminhöhe ermöglicht eine flexible Installation. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass das LED-Licht möglicherweise nicht ausreichend hell ist, um den gesamten Kochbereich gut auszuleuchten. Die Sierra 6736C ist eine leistungsstark und moderne kopffreie Schräghaube mit einer Breite von 60 cm und einer Abluftleistung von 350 m³ pro Stunde. Ihr elegantes schwarzes Design verleiht der Haube einen edlen Look und passt zu verschiedenen Kücheneinrichtungen. Diese Dunstabzugshaube bietet drei einstellbare Leistungsstufen, um die Absaugung an eure individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Abluft- und Umluftfunktion ermöglicht euch die Wahl der passenden Entlüftungsoptionen. Die Sierra 6736C ist mit einem Aktivkohlefilter ausgestattet, der unangenehme Gerüche effektiv neutralisiert. Der Filter kann gereinigt, wiederverwendet oder bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind ihre starke Leistung, das moderne Design, die einstellbaren Leistungsstufen und die effektive Geruchsbeseitigung durch den Aktivkohlefilter. Die einfache Wandmontage ermöglicht eine schnelle Installation. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass die Bedienelemente möglicherweise nicht so intuitiv sind und etwas Eingewöhnung erfordern. Die FireGas Dunstabzugshaube ist eine praktische und funktionale Lösung für eure Küche. Mit einer Breite von 60 cm passt sie perfekt unter euren Küchenunterschrank und bietet eine effektive Absaugung von Dampf, Gerüchen und Fett. Ihr silbernes Design fügt sich nahtlos in jede Kücheneinrichtung ein. Diese Dunstabzugshaube bietet drei Geschwindigkeitsstufen, um die Absaugleistung an eure Bedürfnisse anzupassen. Sie kann sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden, je nachdem, was für eure Küche geeignet ist. Die FireGas Dunstabzugshaube wird mit einem waschbaren und wiederverwendbaren Aktivkohlefilter geliefert, der unangenehme Gerüche effektiv reduziert und die Wartung erleichtert. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind die einfache Installation unter dem Küchenunterschrank, die mehrstufige Absaugung, die Option für Abluft- und Umluftmodus sowie der waschbare Filter. Die integrierte LED-Beleuchtung sorgt zudem für eine optimale Ausleuchtung des Kochbereichs. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass diese Dunstabzugshaube eine Energieeffizienzklasse C hat, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Modellen möglicherweise etwas mehr Energie verbraucht. Die Sierra 6201 Dunstabzugshaube ist eine leistungsstarke und elegante Lösung für eure Küche. Mit einer Breite von 60 cm und einer Umluftleistung von 370 Kubikmetern pro Stunde reinigt sie effektiv die Luft und hält eure Küche frei von Dampf, Gerüchen und Fett. Das silberne Edelstahldesign verleiht der Haube eine moderne und stilvolle Optik. Diese Wandmontage-Wandhaube bietet drei einstellbare Leistungsstufen, um die Absaugung an eure individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Abluftfunktion ermöglicht eine direkte Entlüftung nach außen, während der mitgelieferte Aktivkohlefilter unangenehme Gerüche effektiv neutralisiert. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind ihre starke Umluftleistung, das elegante Edelstahldesign, die einstellbaren Leistungsstufen und die effektive Geruchsbeseitigung durch den Aktivkohlefilter. Die einfache Wandmontage macht die Installation unkompliziert und die Haube arbeitet relativ leise. Ein möglicher negativer Punkt könnte sein, dass der Aktivkohlefilter regelmäßig ausgetauscht werden muss, um eine optimale Geruchsbeseitigung sicherzustellen. Die Sierra 6903 ist eine praktische und platzsparende Lösung für eure Küche. Mit einer Breite von 60 Zentimetern kann sie problemlos unter eurem Küchenunterschrank eingebaut werden und bietet eine effektive Absaugung von Dampf, Gerüchen und Fett. Ihr schlichtes Design fügt sich nahtlos in jede Küchenumgebung ein. Diese Dunstabzugshaube bietet drei einstellbare Leistungsstufen, mit denen ihr die Absaugung an eure inneren Bedürfnisse anpassen könnt. Egal ob ihr nur leicht kocht oder intensiv bratet, diese Haube bietet die richtige Einstellung. Sie kann sowohl im Abluft- als auch im Umluftmodus betrieben werden, je nachdem welche Option für eure Küche geeignet ist. Die Sierra 6903 wird mit einer Kohlefiltermatte geliefert, die unangenehme Gerüche effektiv reduziert und eine saubere Luft in eurer Küche gewährleistet. Der Kohlefilter ist austauschbar und sollte regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind ihre platzsparende Unterbaukonstruktion, die einstellbaren Leistungsstufen, die Option für Abluft- und Umluftmodus sowie die Geruchsbeseitigung durch die Kohlefiltermatte. Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle Einrichtung in eurer Küche. Ein möglicher negativer Punkt ist, dass diese Dunstabzugshaube eine Energieeffizienzklasse C hat, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Modellen möglicherweise etwas mehr Energie verbraucht. Die Dunstabzugshaube von IS-Easy bietet nicht nur eine stilvolle Optik, sondern auch eine starke Leistung, um eure Küche von Dampf, Gerüchen und Fett zu befreien. Mit einer Breite von 60 cm und einer beeindruckenden Saugleistung von 523 m³ pro Stunde sorgt sie für eine effiziente Reinigung der Luft. Ihr schwarzes Design verleiht der Haube einen modernen und eleganten Look. Diese Dunstabzugshaube verfügt über drei einstellbare Leistungsstufen, die es euch ermöglichen, die Absaugung an eure individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ob ihr gerade sanft dünstet oder intensiv bratet, diese Haube bietet die passende Einstellung. Sie kann sowohl in Umluft- als auch in Abluftmodus betrieben werden, je nachdem welche Option für eure Küche geeignet ist. Mit der Berührungssteuerung könnt ihr die Haube einfach und bequem bedienen. Das intuitive Design ermöglicht eine schnelle Anpassung der Einstellungen. Mit einem Geräuschpegel von 58 dB ist die Dunstabzugshaube zudem relativ leise in Betrieb. Positive Punkte dieser Dunstabzugshaube sind ihre starke Saugleistung, das moderne schwarze Design, die einstellbaren Leistungsstufen und die intuitive Berührungssteuerung. Die hohe Energieeffizienzklasse A++ sorgt für einen geringen Energieverbrauch und spart Kosten. Ein möglicher negativer Punkt könnte sein, dass die Haube etwas größer ist und möglicherweise mehr Platz in der Küche benötigt. Ich hoffe, diese Übersicht über die Dunstabzugshaube hat euch gefallen und euch bei der Auswahl des richtigen Modells geholfen. Die vorgestellten Produkte bieten eine Vielzahl von Funktionen und Leistungen, um eure Küche sauber und geruchsfrei zu halten. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen und aktiviert die Glocke, um über neue Inhalte informiert zu werden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt auch gerne eure Meinung und Erfahrungen mit Dunstabzugshaube in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.